Warmwasser mit einem Frischwassermodul, das ist eine intelligente Lösung. Das muss man sich so vorstellen, da kommt praktisch auf der einen Seite das frische Leitungswasser hinein in diesen Wärmetauscher und auf der anderen Seite läuft das heiße Heizwasser dagegen. Die Wärme nutzt das frische Leitungswasser und steht dann sofort als gewärmtes Wasser zur Verfügung. Erstens spät es viel Platz und zum Zweiten hat man keine Probleme mit legionellen. Ein Frischwassermodul ist die ideale Technik, mit der warmes Wasser jederzeit und hygienisch optimal aus einem Pufferspeicher erzeugt werden kann. Ein Frischwassermodul ist ein Plattenwärmetauscher. Er besteht aus einer Vielzahl von hintereinander angeordneten, hauchdünnen Blechen, die eng aneinander liegen und so ein durchlässiges Kapillarsystem entstehen lassen, mit möglichst großer Metalloberfläche und zwei getrennten Kreisläufen. Der Frischwasserstrom wird im Wärmetauscher gezwungen, sich aufzuteilen und sich durch die vorhandenen Zwischenräume der Tauscherbleche zu zwängen. Wird nun warmes Wasser angefordert, wird der Wärmetauscher mit frischem Leitungswasser beschickt. Der kalte Trinkwasserstrom und ca. 60 Grad heißes Wasser aus dem Pufferspeicher fließen nun im Gegenstromprinzip, aber in ihren getrennten Kapillarsystemen dicht aneinander vorbei. Sie kommen dabei nie in Kontakt. Der physikalische Effekt, weil die Wandungen aus Blech als ein ausgezeichneter Wärmeleiter funktionieren, gelingt es, die Temperatur des Pufferwassers in Echtzeit und auf das fließende Frischwasser zu übertragen. Das kalte Trinkwasser wird erwärmt, das Heizwasser aus dem Puffer wird abgekühlt. Der Prozess geht so lange, solange warmes Wasser gebraucht wird. Und der Vorteil? Warmes Wasser aus einem Trinkwassermodul hat Trinkwasserqualität, weil es kurz vorher und nur wenige Meter davor direkt aus der Trinkwasserleitung gewonnen wird. Deshalb können durch ein Frischwassermodul keine gefürchteten Legionellen gebildet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017